Yo Leute, Brutus wieder am Start und heute gibt es ein ganz besonderes Video und zwar habe ich heute das erste Mal auf meinem Kanal den Massi mit dabei. Yo, 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 was geht ab, Jungs? Beziehungsweise jetzt nicht das allererste Mal, aber das erste Mal, dass wir so in COD überhaupt miteinander spielen und wir haben uns heute vorgenommen. Bevor ich das erzähle, sage ich euch erstmal kurz, dass wir bei ihm auch ein Video gemacht haben, wo wir auch am Ende ein 1 gegen 1 gemacht haben. Das solltet ihr auf jeden Fall auschecken, ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt und dann machen wir jetzt quasi auf diesem Kanal hier die Revanche dazu. Und wir werden jetzt erstmal kurz ein paar Runden TDM spielen, beziehungsweise ich schneide euch die Reihen, die wir erspielt haben, so meine kleinen Szenen und dann machen wir hier ein 1 gegen 1, also es kommen nur so ein paar kleine Szenen und dann direkt das 1 gegen 1. Ich bin ja wie gesagt PC-Spieler und wird sehr lustig auf jeden Fall. Ich hoffe, ich kann irgendwas reißen und ja, viel Spaß mit dem Video. Ich würde auch ganz gerne einen Kill machen, Digga. Du hast noch gar keinen Kill? Nein, weil ich bin absolut am Verrecken. So, jetzt geht's los, Digga, jetzt dreht er auf. Ich hart's, glaube ich. Oder rechts. Oh, Digga, ich habe fast den Cunet gegeben. Oh mein Gott, so ein chilliges RK5 ist auch drin, oder? Ohne die Waffe gehe ich gar nicht aus dem Haus. Hey, lol, was? Unser Team-Altest? Digga, ich mache die alle platt mit dem RK5. Ach, jetzt, gell. Ich gebe so den absoluten Quickscout. Arme, Junge. Unmutabdreher wieder down, nice. Ja, den kann man irgendwie, das ist übrigens free. Nice, du hast den Sweater da weggemacht, Alter. Oh, hier ist rechts, Digga. Alles klar, jetzt dreht er auf. Komm, 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 komm. Komm zu Daddy. Jetzt kommt er, genau, jetzt kommt er. No, Scope. Nein, der hat mich noch eingegeben. Ja, stimmt, ich war schon mal auf deinem Kanal, aber nur in Vlogs, ne, davor. Und hier Fußball-Challenge haben wir bei dir gemacht. Und Fußball-Challenge, stimmt. Die war richtig nice, Mann. Die sind schon Lifestyle-Schwuchteln, oder? Okay, let's go, Digga. Nein. Dead Spawn. Ach, du Scheiße, direkt neben mir. Ich habe extra die Tarnung jetzt mal gewechselt, für ein bisschen Abwechslung. Ich auch, Digga, das bringt immer frischer, das Aim-Tarnung-Wechsel. Ja, Mann. Und direkt der Wallbank. Geh weg. Was? Digga, dein Video, deine Regeln. Ich splifte dich jetzt so weg. Na, Spaß. Oh mein Gott. Digga, ich habe so in CD RK5 gezückt, ne. Ja, komm, kill mich, kill mich, kill mich. Ja, ja, lass. Das haben wir vergessen runterzustellen, das Leben. Egal, aber wenn das passiert, dann machen wir einfach Kill, ja? Ja, ja, perfekt. Das ist auch immer so meine Regel. Ja, ist auch fair. Ich glaube es nicht. Digga, was? Hä? Digga, was geht hier ab? Das ist immer, wenn ich aufnehme, Alter. Digga, ich hätte dich schon wieder fast... Ich muss aufhören, das zu sagen, dass du wehnt. Hau rein, Digga. Warte, Double Wallbang? Kann man schon machen, oder? Mann, Digga, was geht hier ab, Alter? Hä? Digga, was... Ich habe gerade was genommen? Digga, ich raste jetzt schon wieder. Keine Ahnung, ich kriege gar nichts mehr hin. Bist du hyped, oder was? Ich lache mich gerade schlapp, dass ich auf einmal aim habe. Hä, nein, Digga. Was geht ab, Alter? Ich joke gerade. Das ist so, weil du die Confidence eben hattest, weil... Oh mein Gott, Digga. Digga, what the fuck, Alter. Ey, Leute, das ist kein Joke gerade, ne? Ich habe hier, warte. Hier, ne, den Control deiner Hand. Ich glaube das nicht. Oh, nein. Ich musste dich jetzt einmal wegschwitzen. Ja, ich gucke es dir auch an, Alter. Das muss schon sein. Wenigstens, wenn du deinen ersten Kill so geharzt kommt, oben aus dem Fenster. Da muss ich ja gar nicht cutten, Digga. Da muss ich deine Sicht ja gar nicht hier reinschneiden. Oh, er macht direkt ein 360. Hau rein. Oh, Mann. Ich dachte mir, wenn dann ein bisschen was wenigstens für meine Confidence machen... Hä, was, Digga? Oh, nein, hey. Digga, das kann nicht sein, was ich hier veranstalte mit dir. Das geht gar nicht. Das ist echt so. Wie du sagen willst. Wo bist du? Oh, wo bist du, Digga? Das geht halt echt, ne? Oh, oh. Da geht das. Hi. Hey, nein. Ah, ja. Gönn dir. Das ist ein No-Scope. Wollte auch inst in die RK5 gezickt. Oh, mein Gott. Ja, komm, Digga. Das ist schon nice, Digga. Oh, jetzt... Das war so unnötig von mir. Ja, ich wollte gerade sagen, was machst du da? Ja, moin. Ach, du... Nein, das war dumm von mir. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, let's go. Leute, ihr seht ja, mein Movement und so ist halt echt scheiße, aber irgendwie kriege ich es hin, so ein bisschen zu eng. Digga, du bist gerade der beste Spieler der Welt. Halt die Fresse, Alter. Hey, nein. Nein. Ich treffe halt irgendwie nur No-Scope. Ja, dann mach doch die No-Scope-Challenge doch mal, Digga. Ja. Oh, Mann. Bin schon wieder so viel einfach nur am Lachen, weil ich es so witzig finde. Oh, nice. Also, den gucken wir uns jetzt erstmal ganz gediegen an. Da brauchst du gar nicht meine Perspektive reinschneiden. Schön immer die Killcams. Ja, hast du auch wieder recht, Digga. Ist ja... Oh, nein. Das war dumm von mir. Ah, jetzt spricht der... Digga. Ja? Das ist, glaube ich, die Taktik, ne? Oh. Ah. Digga, ich will immer so den No-Scope noch hinterherfetzen. Ich hab auch nur den No-Scope gerade. Beim letzten Kehr hab ich mir gedacht... Ey, wenn wir bis 10 spielen, dann hätte ich jetzt eigentlich fast gewonnen, Mann. Aber wir spielen leider... Ja, hätte Fahrradkette, mein Freund. Ey, hier, deine Mama. So, let's go. Da macht er... Ich hab gerade so einen Dauergrinsen im Gesicht. Oh, schick. Warte. Schön, mal ein bisschen bleiben. Ey, was? Oh, mein Gott, let's go. Oh, ich mach die so platt. Let's go. Ah. Mann, Alter, der war so knapp. Man darf mich nie aus dem Game zählen. Ne, ne, Alter, so wie Barca gestern. Ja, weißt du das noch? Ja. Achso, nein, nein. Ach, du meinst Barca? Nein, Barca gegen Paris, Alter. Ja, ja. Alter, das war so sick, ne? Ey, wo bist du? Hä? Ja, komm her. Nein! Hey, nein, Digga. Das gibt's echt nicht, Mann. Ja, komm, hol mich. Ey, das ist so belastend, die Hitmarke, Mann. Ich will da lieber direkt down gehen. Leute, ne? Ey, wo bist du? Oben bist du? Ne. Mir nicht egal. Nein, Mann! Oh, mein Gott, ich hab so ein Glück gerade. Ich lad bei 9 Schuss nach. Scheiß drauf. Hä? Ja, komm her. Nein! Let's go! Ey, es ist so eine Anspannung auch irgendwie, ne? Weil, ey, es sind nur noch 5 Kills, Mann. Ja, okay, aber ich mein, du brauchst auch nur noch 7 Kills, um es zu beenden, so. Ja, auch wieder, aber. Wo bist denn du jetzt? Doch, da. Nein! Nein, 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 nein. Tschüss! Oh, ey, der war so knapp wieder. Nein! Ey, den Kill hab ich so verdient gehabt eigentlich, scheiß nicht, jetzt hab ich kein Aim mehr. Ich hab auch gar nichts mehr, Digga, scheiß drauf. Komm her, komm her, komm her! Wo bist du, Mann? Nein! Ich hab so Angst, ne? Ich auch. Ich will das unbedingt gewinnen für meinen Kanal, ne? Wir machen das auch. Ja, Mann. Nein, ey, das ist immer so, wenn man so hoch springt, ich komm einfach mit dem Stick nicht hinterher. Aber, Digga, ich hab echt ohne Witz noch nie so, glaub ich, irgendwie so viel gegrinst und Spaß gehabt bei der 1 on 1, wie gerade eben. Das ist echt so. Aber ich denke wahrscheinlich auch, wir sind so die heftigsten Grinsebacken aller Zeiten. Ey, Mann! Ja! Weißt du, wo ich immer verkacke, Digga, wenn ich anfange, so hart zu scopen, das darf man nicht machen, ne? Weil genau da macht man sich's. Der war auch so knapp, also so, Aim und Movement ist eigentlich schon so ein bisschen da gerade. Ja, eben, Digga, ich sag doch, du bist gut, Digga, du musst absolut Celos gewinnen. Nein, Spaß. Das ist so die Celos-Promo. Wir werden so zerstören. Ey, wenn unsere Teams gegeneinander spielen müssen. Ey, Mann! Es wär echt lustig, wenn wir gegeneinander spielen, ne? Das wär schon witzig, ja? Wir beide dann so 5-5 Sniper-Duell? Nein! 14-12, scheiße. Ey, ich komme, Digga, ich komme, ne? Homo. Ja, ey, wir... Ey, mein Controller bugt gerade ein bisschen. Hä? Okay. Du musst vielleicht mal kurz raus und an machen, Digga, kann sein. Ne, ne. Spiel weiter. Es ist so ein bisschen laggy. Aber vielleicht ist auch einfach mein Kopf nicht mehr an so wenig FFS gewöhnt. Alter! Was? Hallo? Wo bist du? Hä? Ich dachte, du bist... Das gibt's echt nicht, Mann! Du hast dich so komisch geglischt. Ich hab meinen Zeitsprung, glaub ich, gesehen und dachte, du bist das. Ja, dein Zeitsprung war irgendwie komplett belastend, weil du irgendwie mit dem Rücken zu mir standest. Ja, ich dachte, ich glitsch mich dann so hinter dich. Ah! Jawoll, jetzt geht's wieder los hier. Führung ist immer noch da. Okay, okay, warte. Sieben Kills. Ich kann's eigentlich schon noch schaffen. Komm, 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 komm. Nein. Äh? Warte. Mein Gott! Gut, dass ich da direkt hingeaimt hab. Du hast direkt nach oben geaimt, wo du's gesehen hast, ne? Hit! Ja, down, Digga. Let's go! Eieiei, Leute, jetzt wird's echt eng hier. Jetzt wird's sehr, sehr klasse. Mein Handy wird wirklich grad nass wie so eine... Ach, ne, ich sag's jetzt nicht, aber sie sind einfach nass. Sie sind einfach nur nass. Ah! Hey, wo bist du? Oh mein Gott! Na, da komm ich von der Seite! Auf, Anfang! Oh, wieder, ne? Hä? Als ob du schon da bist! Ich hab's gar nicht gecheckt! Oh mein Gott! Digga, ich hab Hitmarker gemacht, ne? Nee, nee, hast du nicht, Digga. Träumer nicht. Hä? Ich schwöre bei mir, ich hab Hitmarker gemacht. Durch dieses Ding durch. Aber wär wahrscheinlich auch bei 30% dann nicht durchgegangen, scheiße. Ja, also mein Scream wär wirklich null Road. Ich hab nicht mehr irgendwas gelernt. Ja, ja, dann scheiß drauf. Okay, okay. Aber Leute haben's gesehen, sodass ich wenigstens drauf geaimt hab. Ja. Ehrenmann, Max. Nein, 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 nein. Ich sag das auch nur, weil ich führe. Ah! Du musst absolut drauf bestehen auf den Kill natürlich, ne? 100%ig. Ah, Mann! Mann, wie vertreff ich denn nichts? Jawohl. Nein! Okay, 17, 18, Digga. Einen Kill für den Ausgleich. Bitte! Nein, nein. Ich mach's dir nicht leicht, Digga. Ich mach's dir nicht. Ah, ah. Hau ab. Oh, das war so knapp. Nein, ich weiß nicht wo... Ich bin so... Out of Focus. Nein, 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 nein. Digga, lass mich crack hier. Geh weg, Digga. Geh weg, Digga. Geh weg. Okay, ich geh weg. Ich lauf weg. Einen Kill noch. Einen Schuss, komm. Wo bist du? Ach, das ist nur noch ein Schuss Magazin, oder was? Nein, nein, alles gut. Nein! Hey, was? Ich hab dir einen Hitmark gegeben. Digga. Ja, aber ich dir auch. Du hast mich gerufen, ich hab einen Hitmark gegeben. Hä, wie geht das überhaupt? Hä, was machen wir jetzt? Weiß nicht. Ich kill dich. Du hast einen Kill bekommen und ich kill dich, würde ich sagen, oder? Ja, okay, okay. Dann steht's wieder 18, 19. Einen Unterschied. Hä, aber Digga, warte mal. Von, von, von CO2... CO2? CO2 Logik her, Digga. Wie geht das? Ja, kann man sich dann nicht beide Kräse? Dass du mich killst und ich die Hitmark ergeben? Hä? Keine Ahnung. Na ja. Muss ich jetzt eigentlich Last Nice machen, Digga? Nee, nee, musst du nicht, Digga. Da das gerade so intens ist, musst du Last nicht Nice machen. Hauptsache, du holst nicht. Hauptsache, ich gib... Oh oh. Oh oh. Alter. Wo bist du? Ja! Oh mein Gott. Da ist er! Da ist er! Jawohl, Alter. Alter, war das gerade intens. Ey, boah, ich leg den Controller weg. Erst noch den Schweiß oder den Stirn wischen, ne? Alter, Falter, komm, ich will zu uns. Ich war so sicher, du bist unten. Guck mal, guck mal, wie ich runter schaue, Digga. Ich hab auch so den Quickscore wieder verteilt, Alter. Das war übel die heftig geile Runde, Mann. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ne? Bei Massi war's auch genauso witzig. So ein Video kann man gerne mal ein Like da lassen, wenn ihr mehr von dieser Kombination in Zukunft mal sehen wollt. Und schaut bei Massi vorbei. Haut rein, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Grinsebacke Overload, Digga. Ich hab auch grad so viel gegrinzt, Digga, hab nur. Tschüss. G nytt noch. Wie ist das Works? Vielen Dank.